Das Klettern im ersten und zweiten Schwierigkeitsgrad stellt die Grundlage des Bergsteigens dar. Es ist wahrscheinlich der größte Unterschied zwischen Bergwandern und Bergsteigen. Deine ersten Schritte im ersten und zweiten Schwierigkeitsgrad am Fels, darum soll es heute gehen. In den letzten tausend Jahren haben sich die Berge um einiges verändert. Die Klimaerwärmung sorgt dafür, dass Gletscher abschmelzen und der Permafrostboden sich langsam auftaucht und löst. Dadurch gerät immer mehr Stein ins Rutschen und vor allen Dingen durch den Abgang der Gletscher auch immer mehr zum Vorschein. Immer wieder, vor allen Dingen nach dem Winter, kommt altes Gestein vom Berg herunter und gibt neuen festen Fels frei. Die natürliche Form des Felses, die der Berg dann letztendlich vorgibt, endet meistens auf dem leichtesten Weg, also dem Normalweg, im ersten oder zweiten Schwierigkeitsgrad im Fels. Deswegen ist es so wichtig für Alpinisten, den ersten und zweiten Schwierigkeitsgrad sicher zu beherrschen, um darauf aufzubauen und sicher Touren gehen zu können. Was bedeutet der erste Schwierigkeitsgrad? Dieser gibt vor, dass wir ein sehr, sehr steiles, felsiges Gelände vor uns haben, das in der Regel nicht mehr auf den Beinen allein begehbar ist, sondern wir brauchen auch die Hände dafür, um sicher vorwärts zu kommen. Sehr geübte Bergsteiger oder Bergführer zum Beispiel schaffen es manchmal auch, die Hände wegzulassen und in den Hosentaschen zu lassen, während sie im ersten Schwierigkeitsgrad unterwegs sind. Das ist aber eine Übungssache und kommt erst nach einer Zeit. In der Regel braucht man dafür auch die Hände. Dritte und Griffe sind gut, man hat viel Auswahl an verschiedenen Möglichkeiten, wie man ans Ziel kommt und dementsprechend ist es, wie auf eine relativ unübersichtliche Leiter hochzusteigen. Deswegen braucht man sich vor dem ersten Schwierigkeitsgrad noch gar nicht so fürchten. Was ist der zweite Schwierigkeitsgrad? Der zweite Schwierigkeitsgrad ist schon etwas steiler, aber noch nicht senkrecht. Griffe und Dritte muss man häufiger suchen. Es gibt meistens eine vorgegebene Linie durch die Passage, die einem so in gewisser Weise sagt, was man tun muss, um weiterzukommen. Man hat nicht mehr die große Auswahl, wie im ersten Schwierigkeitsgrad, dass man alles, was man findet, zur Hand nehmen kann, sondern es beschränkt sich meistens auf einige wenige Tritte und Griffe. Diese sind aber in der Regel wirklich gut und groß und gut anzugreifen. Hier kommt es natürlich auch ein bisschen auf das Gestein an, aber dazu gleich mehr. Noch ein kurzer Einschub zum dritten Schwierigkeitsgrad. Was ist der? Es gibt Bergsteiger, die seilfrei und mit Bergschuhen den dritten Schwierigkeitsgrad ebenso begehen. Und das ist absolut in Ordnung und absolut machbar. Es braucht aber sehr viel Übung. Ich würde niemandem von den Anfängern raten, im dritten Schwierigkeitsgrad einfach so seilfrei reinzustarten, sondern Schritt für Schritt gehen und nicht gleich den dritten Schwierigkeitsgrad in Erwägung ziehen. Man muss sich erstmal im zweiten Schwierigkeitsgrad richtig wohlfühlen, bevor man sich damit beschäftigen kann, was der dritte Grad eigentlich so mitbringt. Hier kommt es teilweise auch schon zu senkrechten Passagen. Die Griffe und Tritte sind zwar zwar besser, aber meistens ist es sehr ausgesetzt und wirklich anspruchsvoll. Den meisten wird es wohl klar sein, aber irgendwie ist es trotzdem unangenehm. Man muss oftmals über diese Passagen auch wieder absteigen. Und das unterscheidet das Bergsteigen vom Bergwandern ganz deutlich. Beim Bergwandern ist der Abstiegsweg genauso anspruchsvoll oder anspruchslos, wie es der Aufstiegsweg war. Beim Bergsteigen im ersten oder zweiten Schwierigkeitsgrad ändert sich das fundamental. Denn wenn ich einen zweiten Schwierigkeitsgrad hinaufgeklettert bin, heißt das nicht, dass ich auch die Fähigkeiten, vor allen Dingen die mentalen Fähigkeiten dafür habe, diese Passage auch wieder abzusteigen. Die psychische Belastung steigt im Abstieg deutlich. Und das sollte man sich bewusst sein, bevor man sehr, sehr schwere Passagen aufsteigt. Dass man sich schon vorher überlegt, komme ich da eigentlich auch wieder runter? Kann ich mir ungefähr vorstellen, wie der Abstieg ausschauen wird? Ich muss mir diese Linie im Fels zeichnen, bevor ich aufsteige. Und die dann im Abstieg so ein bisschen wiedererkennen und erneut abspielen können. Eine weitere Schwierigkeit, die im ersten und zweiten Schwierigkeitsgrad nicht eingerechnet ist, sondern extra betrachtet werden muss, ist die Ausgesetztheit. Exponiertes Gelände kann auch wieder mental sehr anspruchsvoll sein und die Psyche sehr fordern. Das Problem ist hier, dass das im Schwierigkeitsgrad nicht angegeben wird. Also eine Einser-Kletterei wird nicht zum zweiten Schwierigkeitsgrad, weil sie sehr ausgesetzt ist, sondern das steht dann meistens in Büchern, in Führern oder online bei den Tourguides dabei. Man muss sich dem Bewusstsein, dass Einser-Stellen im sehr ausgesetzten Gelände mit ordentlich Luft unterm Arsch wirklich schwer sein können, vor allen Dingen mental zu überwinden. Und diese Unsicherheit macht sich dann in der Technik und im Geschick bemerkbar und da kommt es dann öfters zu Unfällen. Wer sich also mental nicht sicher ist, sollte ausgesetzte Zweier-Klettereien nicht unbedingt gleich in Erwägung ziehen, sondern sich mit ausgesetzten Einser-Klettereien intensiv auseinandersetzen. Gleichzeitig können schwierigere Klettereien im sicheren Gelände dafür etwas einfacher für den Kopf sein und etwas anspruchsvoller für die Physis. Auf der Rummer-Spitze in Innsbruck zum Beispiel gibt es Zweier-Klettereien, die sehr sicher ausschauen und dadurch steigt man relativ locker darüber hinweg. Hingegen gibt es aber auch Einser-Stellen, die ordentlich ausgesetzt sind und man sich da fast schon schwerer tut als in den Zweier-Klettereien. Das alles ist aber Kopfsache und daran kann man arbeiten. Zweier-Kletterei ist nicht Zweier-Kletterei und Einser-Kletterei ist nicht Einser-Kletterei. Das ist logisch, aber nicht nur was den Berg betrifft, sondern auch was den Fels betrifft. Verschiedene Gesteinsarten bringen verschiedene Anforderungen an den Kletterer mit. Schauen wir uns zuerst Granit an. Granit ist relativ plattig, meistens etwas flacher, also eher weniger senkrecht, aber dafür findet man keine Griffe und keine Tritte. Es geht meistens darum, mit Bergschuhen stabil auf Reibung sehr steile Wände hochgehen zu können und das setzt eine ganz andere Schwierigkeit voraus oder ein ganz anderes Können voraus, als das zum Beispiel bei Kalk der Fall ist. Im Kalkgestein ist es wieder anders, denn da gibt es zwei verschiedene Arten von Kalk. Kalk ist nicht immer gleich Kalk und vor allen Dingen gibt es da viel Mischgestein, aber Geologie ist ein anderes Thema. Beim Kalk gibt es zum Beispiel den Dachsteinkalk. Der ist relativ plattig, hat wieder wie Granit fast schon relativ wenig Griffe oder schlechte Griffe und es basiert sehr viel auf dem Thema Reibung. Dafür kann man wirklich sich überraschen lassen, was alles auf Dachsteinkalk möglich ist, auf welcher Steigung man mit Bergschuhen noch Haftung und Halt bekommt. Das ist wirklich beeindruckend, aber man muss sich eben sehr mit dem Gedanken auseinandersetzen, dass man wenig Griffe hat. Hingegen der Wettersteinkalk hier im Karwendel und im Wettersteingebirge, der ist relativ brüchig und das führt dazu, dass sich sehr viele Griff- und Trittkombinationen durch das immer wieder erneute Abgehen von Steinen bilden und die kann man dann nutzen. Das Problem bei brüchigem Gestein ist aber, dass man sehr gut überprüfen muss, ob die Tritt- und Griffkombinationen, die man sich jetzt ausgesucht hat, wirklich halten und ob die nicht mit einem dann ins Tal stürzen. Kommen wir noch zum Thema Sichern. In alpinem Gelände ist das Sichern des ersten und zweiten Schwierigkeitsgrades sehr unüblich. Es gibt aber Berge, auf denen diese Möglichkeit geboten wird. Am Großglockner zum Beispiel ist der zweite und erste Schwierigkeitsgrad mit der Stangensicherung abgesichert. Auf der Rummerspitze in Innsbruck, die jetzt kein großer alpiner Klassiker ist, ist der erste und zweite Schwierigkeitsgrad gar nicht abgesichert. Auf den meisten anderen Bergen in der Regel auch nicht. Das bedeutet, wenn man jetzt nicht unbedingt auf einem Klassiker oder einem berühmten Berg unterwegs ist, wird man diese gerade gar nicht absichern können. Denn erstens mal, das Gelände ist zu einfach, um sinnvoll Keile und Friends zu setzen. Das ist mal das eine. Und das andere ist, dass für dieses Gelände in der Regel auch keine Bohrhaken gesetzt werden. Wer also den ersten und zweiten Schwierigkeitsgrad begehen möchte, sollte sich bewusst sein, dass das ohne Seil passiert. In der Regel. Und das ist vor allen Dingen im Abstieg wichtig. Denn wie gesagt, hier ist die Psyche der größte Problemfaktor. Und hier ist gerade, wenn man gar kein Seil hat und das ausgesetzte steile Gelände vor sich sieht, im Abstieg meist der Punkt angekommen, wo oftmals die Bergrettung ausrücken muss. Und das wollen wir natürlich verhindern. Deswegen möchte ich nun Empfehlungen aussprechen und euch irgendwie einen Tipp geben, wie ihr in diese wunderschöne Welt eintauchen könnt und trotzdem sicher unterwegs seid. Das Klettern im ersten und zweiten Schwierigkeitsgrad, das Unterwegssein im ausgesetzten alpinen Gelände, ist ungefähr wie Autofahren. Ich kann mich nicht mit 18 in ein Auto setzen und dann erwarten, dass ich wie ein Rallye-Fahrer über die Pisten heizen kann. Dazu fehlen mir die Erfahrung, aber auch die Skills. Und genau das erlerne ich nur über Praxis, Praxis, Praxis. Viel üben, viel ausprobieren und viele Aha-Momente im Fels. Deswegen meine Empfehlung an euch, fangt klein an. Fangt euch mal an mit 1-Bergen. Vielleicht sogar Berge, die zwar Klettergelände haben, aber vielleicht Stifte oder Tritte schon vorgeben über Metallbügel. Daran kann man sich dann so ein bisschen an das Gelände gewöhnen und sich mal selbst einschätzen lernen. Wie komme ich mit der Angst zurecht? Wie komme ich mit dem ausgesetzten Gelände zurecht? Im Osten fällt mir zum Beispiel dazu der Ötscher ein, Ostösterreich. Da gibt es den rauen Kamm. Das ist ein wunderschöner Grat, der leichte Kletterei bietet. Und die ist ungesichert. Aber man kann für sich selbst mal abschätzen. Schaffe ich das psychisch, solche Klettereien, vor allen Dingen im Abstieg, auf mich zu nehmen oder eher nicht? Dann muss ich noch ein bisschen üben. Gleich in den zweiten Schwierigkeitsgrad hinein zu starten, das halte ich für einen Riesenfehler, vor allem wenn es darum geht, die gleiche Route wieder abzusteigen. Wenn ihr euch grundsätzlich nicht so wohl fühlt, mit dem Gedanken, dieses Gelände auch wieder abzusteigen, dann würde ich euch raten, sucht euch, zum Beispiel wie am Ötscher, einen Berg, den man über diese Seite aufsteigen kann und über eine andere Seite wieder leicht absteigen kann. So sollte man aber trotzdem immer klein anfangen, eins minus eins, dann vielleicht eins plus und dann mal die zwei minus Berge angehen. Die Beschreibungen in Führern, in Büchern und online sind meistens so exakt, dass man da wirklich gut drauf hinarbeiten kann und sich Berge aussuchen kann, die diesem Schwierigkeitsgrad auch entsprechen. Und wie gesagt, Gestein ist nicht Gestein. Auch hier sollte man aufpassen, wo man landet. Wenn euch das Video geholfen hat und wenn ihr jetzt sagt, Yes, ich will in den ersten und zweiten Schwierigkeitsgrad einsteigen, ich möchte weg vom Oma und Opa wandern, ich möchte in das bergige, alpine Gelände, dann würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben gebt und den Kanal abonniert. Und wir sehen uns beim nächsten Mal am Freitag mit einem neuen Video. Bis zum nächsten Mal. Bergheil! Bergheil!